Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um drei Dinge. Erstens wollen wir mal zurück gucken auf mein letztes Video und was das ausgelöst hat. Zweitens geht es heute um das Thema Bruttoraumzahl von Kreuzfahrtschiffen. Und drittens am Ende dieses Videos habe ich mal wieder eine sensationelle Nachricht. Viel Spaß! Ja, in der letzten Woche hatte ich euch in einem Video erzählt, was wir im Januar diesen Jahres mit der TUI erlebt haben. Und zwar an Bord von Mein Schiff 6 auf unserer Kreuzfahrt in Mittelamerika. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mit dieser positiven Resonanz gerechnet. Unglaublich. Nein. Phänomenal. Nein. Sensationell. Ach, wie auch immer. Also ich sage euch allen da draußen ein ganz ganz herzliches Dankeschön dafür, dass euch dieses Video gefallen hat. In den letzten Tagen habe ich mich mal mit der Frage auseinandergesetzt, woran wird man eigentlich gemessen, um sagen zu können, ich bin das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Es ist die Länge, die Höhe, die Anzahl der Decks, die Breite, wie auch immer. Eine verlässliche Angabe, auf die in der Seefahrt immer wieder zurückgegriffen wird, ist der Begriff Bruttoraumzahl. Wenn ich jetzt hier sagen würde, dass es Länge mal Breite mal Höhe, würden die Physiker unter euch mich in der Luft zerreißen, weil das mit Sicherheit falsch ist. Aber auch Mathematiker und alle anderen, die richtig viel Ahnung haben von Rechnen und von Schiffen, hätten recht, wenn ich behaupten würde. Länge mal Breite mal Höhe ist die Bruttoraumzahl. Deswegen gucken wir uns doch einfach mal an, was sagt Wikipedia dazu? Die Brutto- und Netto-Raumzahl wird nach dieser ganz einfachen Formel hier berechnet. Naja. Also im Grunde ist es der Inhalt aller geschlossenen Räume vom Kiel bis zum Schornstein. Und je nach Größe der Schiffe wird dieser Wert dann ja noch mit irgendeinem anderen Wert multipliziert. Sei es drum, ihr habt ungefähr eine Vorstellung davon, was Bruttoraumzahl ist. Wir gucken uns mal Schiffe an, die euch vielleicht bekannt sind. Zum Beispiel haben wir hier die Segeljacht A, die ja auch in Kiel gebaut wurde. Vielleicht habt ihr mal ein Bild gesehen. Dieses Segelschiff hat drei Masten und die sind so circa 100 Meter hoch. Das ist schon sehr beeindruckend, das Schiff. Und genauso beeindruckend ist die größte private Yacht. Das ist die Assam. Die wurde übrigens auch hier in Schleswig-Holstein gebaut auf der Lürsenwerft. Und wenn ihr euch das mal anschaut vom Vergleich her, die Bruttoraumzahl, die beiden Schiffe nebeneinander, obwohl die gar nicht so weit auseinander sind von der Länge. Aber die Bruttoraumzahl ist hier schon gewaltig unterschiedlich. Ich habe mir noch mal ein paar andere Schiffe angeschaut, die ihr vielleicht auch kennt. Das hier unten ist die Albatross von der Reederei Phoenix, die ja auch schon hier in Eckernförde gelegen hat. Bekannt aus der ARD, aus der Serie Verrückt nach Meer. Die hat eine Bruttoraumzahl von 25.818. Jetzt kommt glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, das, nee doch nicht, nicht die erste Mein Schiff, sondern die MS Europa 2, hier unten in blau. Mit einer Bruttoraumzahl von 42.830. Das ist wohl das Fünf-Sterne-Schiff in Deutschland, die MS Europa 2. Aber jetzt, jetzt kommt die Mein Schiff 2. Also die erste Generation von der TUI Cruises, mit einer Bruttoraumzahl von 77.303. Einige von euch waren ganz bestimmt schon auf diesem schönen Schiff. Das ja jetzt laut TUI Cruises doch noch ein paar Jahre länger fährt. Eigentlich war geplant, wenn ich mich richtig erinnere, dass das in zwei Jahren dann abgelöst wird. Aber nun hat TUI sich anders entschieden. Wir blättern mal weiter. Die nächste Generation der TUI hier unten, das ist die Mein Schiff 3 bis 6, die sind ja alle baugleich und haben eine Bruttoraumzahl von 98.811. So, in zwölf Tagen besucht Kiel die Mein Schiff 1 neu. Und ihr seht, den Sprung von der zweiten zur dritten Generation ist nicht ganz so groß von 98.811 zu 111.500. Das sind im Übrigen nicht die, keine Reihenfolge von Bruttoraumzahlen von klein zu groß, da liegen noch jede Menge weitere andere Schiffe dazwischen. Ich habe einfach mal Schiffe genommen, von denen ich glaube, dass viele von euch mit Sicherheit das ein oder andere Schiff kennen. So, das nächste Schiff, die AIDA Prima. Ein Stück weit größer als die neue Mein Schiff 1 mit 125.572 Bruttoraumzahl. Und jetzt wird es interessant, die Queen Mary 2. Das ist nochmal wieder ein großer Satz mehr, wenn ihr das hier seht, verglichen mit der AIDA Prima. Wen haben wir jetzt? Die Harmony of the Seas. Das ist natürlich ein ganz, ganz gewaltiger Unterschied. Gemessen nach Bruttoraumzahl, ist die Harmony of the Seas, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Ich kann euch nur empfehlen, guckt doch bitte mal in Google nach und schaut euch mal die Schiffe an. Insbesondere kann ich empfehlen, hier oben die Segeljacht A und die Assam. Das sind zwei wunderschöne, außergewöhnlich futuristische Schiffe, beide hier in Schleswig-Holstein gebaut. Ja, soweit zum Begriff Bruttoraumzahl. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen was erzählen und so, dass ihr das auch verstanden habt. Ja, wenn ich eben gesagt habe, den Inhalt aller Räume auf einem Schiff ist natürlich die Kubikmeterzahl gemeint. Also Länge mal Breite mal Höhe, Inhalt Kubikmeter der Räume. So, jetzt kommen wir eigentlich zur wichtigsten Nachricht in diesem Video, aus meiner Sicht zumindest. In dem letzten Video vor einer Woche habe ich euch gesagt, dass die neue Mein Schiff 1 nach Kiel kommt. Und zwar in 19 Tagen. Heute sind es nur noch zwölf Tage, bis die neue Mein Schiff 1 in Kiel ankommt. Ich ging eigentlich davon aus, dass ich mit meiner Kamera das Schiff von außen aufnehme, von vorne, von hinten, von der Seite und so weiter und so fort. Ich habe die Pressestelle von TUI Cruises angeschrieben, ob denn die Möglichkeit besteht, tatsächlich auch an Bord zu kommen, um von dort ein paar Innenaufnahmen zu machen. So, Leute, jetzt haltet euch fest. TUI Cruises, die Pressestelle von TUI Cruises hat mir geantwortet. Ich gehe davon aus, dass die mir so einen netten Zweizeiler schreiben und sagen, danke für ihre Anfrage, aber wer sind sie eigentlich? Nein, die Pressestelle von TUI Cruises hat mir geschrieben und gesagt, lieber Herr Bolt, selbstverständlich können Sie an Bord kommen und ein paar Aufnahmen machen. Also werde ich, ich fasse es nicht, ich werde an Bord sein, auf der neuen Mein Schiff 1. Im ersten Anlauf nach Kiel werde ich dabei sein und ich werde euch hoffentlich sensationell schöne Aufnahmen liefern können. Drückt mir die Daumen, dass meine Akkus halten. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Ahoi und freut euch auf die neue Mein Schiff 1.